Konbama. Also heute geht es darum, dich davon zu überzeugen. Nein, eigentlich nicht. Also ich will ein bisschen zu übersprechen, wie es denn so ist in meinen Kursen hier direkt in Wien. Also nicht nur die Online-Kurse, sondern die Kurse hier in Wien. Also wenn du am überlegen bist, bei mir einen Kurs zu machen und wenn du so schwankst, weil der Preis dann doch ein anderer ist als bei der Volkshochschule oder beim BFI oder beim Sprachenzentrum oder was auch immer, dann hör mal kurz zu und dann wirst du hoffentlich erkennen, dass mein Kurs doch einige Vorteile hat, die den Preis auch rechtfertigen. Als erstes, ich glaube, das wichtigste, der wichtigste Unterschied ist, dass wir ein Team sind. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht alleine. Also ich habe da noch drei andere Mitarbeiter, die mir hilflich sind beim japanischen Unterrichten. Die Anfängerkurse, die mache ja ich. Aber je höher das Ganze wird, desto mehr lagere ich das Ganze dann aus auf meine japanischen Muttersprache bzw. zweisprachigen Leute. Und was mir eben so wichtig ist, dass man gerade am Anfang das Erklärte auch wirklich versteht. Ja, also da sitzt du da als Anfänger und hast noch nicht so wirklich Ahnung. Und ein Grund, warum ich ja die Nihongo Gakuen oder Japanischlern.at aufgemacht, gegründet habe, war ja eigentlich, weil, wie ich dann hier in Österreich einen Japanischkurs besucht habe, dass die Japaner sehr nett war, aber ich nicht wirklich verstanden habe, was sie mir da erklärt und sie mich nicht verstanden hat. Also im Endeffekt hat das nicht so ganz funktioniert. Dann war auch das Problem, wir haben dann so viele lose einzelne Zettel bekommen. Das Buch war eine Katastrophe, das wir verwendet haben. Ja, ich habe dann auch später noch andere Kurse auch hier in Österreich gemacht und da war das Problem ein ziemlich ähnliches. Und was mich auch gestört hat, war ja, dass die Niveaustufen, die angeschrieben sind, ja nie dem entsprochen haben. Also das war meistens, also wenn es geheißen hat, das ist ein C1-Kurs und war der höchstens B1, sage ich jetzt einmal, also ungefähr so in die Richtung. Also mit dem es hat nicht so ganz gepasst. Also es waren diese losen Zetteln und deshalb habe ich hier ja auch meine eigenen Materialien zusätzlich zum Buch und die sind alle da schön geordnet in diesem Booklet drinnen mit ganz vielen Übungen und Hörübungen. Das ist alles Hand und Fuß und die werden auch ständig verbessert. Ja, ich frage jedes Semester, meist in der Hälfte und dann am Ende vom Semester nochmal, hast du Verbesserungsvorschläge, das hat dir besonders gut gefallen, wovon hättest du gern mehr? Und ja, das hat alles Hand und Fuß. Das Buch, das wir verwenden, das hat verschiedene Teile, das ist jetzt der erste Teil davon, hat auch ein Kanji Buch dazu. Der Vorteil ist, dass, also wir machen Kanji, wir machen Kanji von Anfang an. Am Anfang machen wir natürlich die Hiragana Katakana durch, besprechen auch die ganzen Regeln, alles auf Deutsch, damit du das wirklich verstehst. Und mittlerweile unterrichte ich jetzt seit neun Jahren eigentlich schon Japanisch. Und bin natürlich immer besser geworden und weiß natürlich auch von meinen eigenen Lernerfahrungen, wo es Probleme gibt und kann die natürlich dann vermeiden. Und ich sehe sofort schon in den Gesichtern, wenn irgendwas noch nicht ganz klar ist und wie ich das Ganze dann umgeben kann und wie ich das dann anders noch erklären könnte, damit es auch wirklich jeder versteht. Der Vorteil von diesen Büchern ist eben, dass wir hier die Vokabeln und die Grammatik lernen und hier dann die Kanji in der jeweiligen Lektion vorkommen. Meine Buche sind ein bisschen grauslich, weil die habe ich schon ziemlich oft angegriffen. Und das System, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das heißt, wir lernen hier dann nochmal sozusagen nochmal die Vokabeln zusammen mit dem Kanji. Also wie man es schreibt, wie man es liest. Es gibt auch Kanji-Tests bei uns, es gibt Grammatik-Wiederholungen bei uns, und es gibt Hausaufgaben. Also es ist schon zum Lernen bei uns auch hier. Also es ist jetzt nicht so, dass das Tempo ganz langsam ist und es ist auch nicht super schnell wie auf der Uni, aber es ist schon ein gemäßigt schnelles Tempo. Also ich sage einmal, für jemanden, der wirklich gut Japanisch lernen möchte, neben seiner Arbeit oder was auch immer er sonst noch nebenbei macht, ist das eigentlich das Perfekte. Also wenn man so ein bisschen Wischiwaschi, sage ich mal, lernen möchte oder nicht wirklich viel Zeit hat. Also der Kurs sind zwei Stunden pro Woche und Hausaufgabe würde ich nochmal das Doppelte an der Zeit verwenden. Also vier Stunden für Hausaufgabe und wiederholen noch ungefähr. Da geht natürlich dann schon einiges weiter. Also wenn du wirklich gut und schnell und intensiv und effizient Japanisch lernen willst, dann ist die Nihongo Gakuen Japanisch N.A.T. eigentlich deine Story. Was ist noch anders bei uns? Ein sehr großer Punkt sind auch unsere Online-Unterlagen. Das heißt, solltest du mal krank sein, solltest du mal eine Woche auf Urlaub sein oder was auch immer und du bist nicht beim Kurs, ist das grundsätzlich kein Problem, weil du kannst dir das alles online ansehen. Du bekommst als Kursteilnehmer hier in Wien, also in unseren Wiener Kursen, auch die ganzen Online-Materialien zur Verfügung gestellt. Das heißt, du kannst es immer wieder ansehen und begrenzt Zugang drauf haben. Das heißt, wenn du jetzt ein Semester machst und du machst vielleicht eine Pause dazwischen, wird der Zugang nicht gesperrt, sondern du hast auf immer und ewig Zugriff zu den Unterlagen. Genau. Wir machen ja schon sehr viel Stoff im Unterricht. Es ist natürlich genug Zeit zu üben. Es ist immer sehr wichtig, dass das Ganze geübt wird. Und solltest du mal irgendetwas noch mal gerne anschauen wollen, ist das eben kein Problem. Du gehst einfach, du loggst dich ein, schaust dir die richtige Lektion und schaust dir dann einfach das passende Video an. Genau. Ja. Ja, das ist eigentlich. Und es hat auch einen Vorteil dieser Preis. Es ist natürlich jetzt, sag ich mal, man kann es nicht sofort oder nicht immer sofort aus dem Ärmel schütteln. Also es gibt auch die Möglichkeit der Teilzahlung. Aber es hat den Vorteil, dass jemand, der diesen Preis zahlt, auch wirklich Japanisch lernen will. Das heißt, die Leute, die hier im Kurs sind, die wollen das wirklich. Ich habe ganz am Anfang einen ziemlich günstigen Preis gehabt. Da sind die Leute teilweise nicht gekommen, haben die Hausaufgabe nicht gemacht. Das ist natürlich bei so einem Preis was anderes. Man will natürlich was draus davon haben, wenn man dieses Geld auch bezahlt. Das heißt, es sind wirklich motivierte Leute hier. Und da ist der Unterricht auch ganz ein anderer, wenn wirklich jeder will und jeder auch wirklich mitmacht. Das ist eine ganz andere Lernerfahrung. Genau. Und grundsätzlich, ich bin ja Tag und Nacht eigentlich erreichbar per E-Mail oder auf der Facebook-Gruppe. Wenn Fragen sind auch unter der Zeit, beantworte ich die natürlich dort auch. Dann, was hat es noch für Vorteile? Naja, wir machen auch diverse Workshops. Das heißt, so wie es am Wochenende den Setsuburn-Workshop oder jetzt dann das Hinamatsuri oder dann im Sommer diverse Workshops. Wir haben auch immer eine Semester-Opening-Party, wo wir dann gemeinsam japanisch essen gehen. Für die, die das wollen, auch Karaoke und diverse andere Events eben, je nachdem, was gerade ansteht. Genau. Ja, und für die, die eben Kursteilnehmer sind, sind diese Events günstiger als die normalen Leute. Die normalen Leute. Genau. Ja. Das Semester fängt jetzt eigentlich schon bald an. Das heißt, es sind jetzt noch eins, zwei, drei Wochen, bis es startet. Wir haben Kurse unter der Woche, also wochentags und am Wochenende am Samstag. Ja. Wir werden in Zukunft jetzt auch dann Kurse machen, die so halb-halb sind. Das heißt, Kurse, die zwar hier in Wien sind, wo der Kurs selbst sozusagen hier vor Ort dann Sprechen üben ist, aber die Grammatikteile man sich dann zu Hause ansieht. Ja. Also die Kurse, die es jetzt gerade sind, die sind schon so, dass eigentlich alles im Kurs durchgemacht wird. Außer es ist einmal so, dass wir vielleicht mehr Zeit zum Üben wollen oder sonst irgendwas brauchen. Und dann sage ich, okay, schaut euch das Video von den Vokabeln zu Hause an. Ein Vokabelvideo ist meistens so, dass ich sehr viel dazu erzähle und dass da meistens doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist doch eigentlich, ja, meistens sehr gut, wenn man es sich schon zu Hause ein bisschen voransieht. Genau. Dann bleibt auch mehr hängen. Du kannst es nochmal anschauen. Ja. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es sind diese Zusatzunterlagen, ja, die von mir selbst erarbeitet sind mit sehr vielen Zusatzaufgaben, Erklärungen, Bildern, Gruppenübungen und Hörübungen auch dazu. Dann das Buch, das in der Kombination ist, also Kanji und Vokabel und Grammatik. Das heißt, du lernst auch hier wirklich Kanji lesen und schreiben. Es gibt Wiederholungen, Kanji-Wiederholungen, Grammatik-Wiederholungen, genau. Wir lesen auch diverse Kurzgeschichten hier. Und es gibt die Online-Unterlagen als Zusatz. Und du kannst mich jederzeit erreichen, wenn du Fragen hast. Also ich bin eigentlich immer erreichbar. Genau. Und natürlich das Ganze rundherum, was es so bei der Nihongo Gakuen hier in Wien gibt. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine kurze Nachricht. Du kannst mich auch anrufen, kannst mir eine E-Mail schreiben, was auch immer es ist. Ganz unverbindlich. Du kannst auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir ausmachen, so eine Viertel, halbe Stunde. Du kannst mir auch nochmal Fragen stellen, wenn du nicht sicher bist, in welchem Kurs du passen solltest oder wo du in welchem Kurs du am besten aufgehoben bist, ist das auch kein Problem. Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und matane, deine Manuela von Japanisch lernen. Ade.